Michael Anker Jimenez, Dustin Johnson, Max Kiefer, Matthias Nassirow und Marcel Sien. Und jetzt kommt die Siegerjahre. Es gibt natürlich für die Besten auch was. Dieses wunderbare, supergeile Rad aus der BMW-Kollektion. Am Tag wie diesen haben wir zwei Spieler, zwei von 7 getroffen. Dustin Johnson und Michael Anker Jimenez. Aber einer, einer hat dreimal getroffen. Der Sieger hier dieses Opening Show-Benz T-Time im Vorfeld der 25. BMW International Open High ist Max Kiefer. Der Heiker sagt von Matthäus Spiese, Leiter, Sportmanagement. Ich wette zum Wessen. Keine Angst, ich gehe auf dich. Vielen Dank.